Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Mediator Pattern. Das Mediator Pattern ist dazu da, damit ihr tatsächlich die Kommunikation zwischen einem Objektpool sozusagen, also zwischen mehreren Objekten über einen Mediator laufen lassen könnt. Das heißt, die Objekte müssen nicht mehr direkt miteinander kommunizieren, sondern das übernimmt der Mediator für euch. Und wir haben jetzt hier in unserem Fall Components, die miteinander kommunizieren wollen. Das heißt zum Beispiel Klasse 1 und Klasse 2 und die Ops sind jeweils da, wo wird kommuniziert. GetState ist einfach nur, ja, komme ich nachher drauf in einem konkreten Beispiel. Und der Mediator, der regelt eigentlich diese ganze Kommunikation. Das heißt, wenn man hier Mediate aufruft, dann holt er sich erstmal den Zustand und dann ruft er bei dem zweiten, also bei dem anderen Objekt, dann die Operation auf. Und das führt natürlich dazu, dass die beiden Klassen voneinander entkoppelt werden. Das heißt, man hat nur noch den Mediator, der sozusagen für die Kommunikation zuständig ist. So, jetzt eine praktische Anwendung und ausnahmsweise geht es mal nicht um ein Computerspielen, sondern es geht um einen Chat. Aber das kann man natürlich auch in ein Spiel einbauen. Das heißt, wir haben da auch wieder eigentlich alles. Aber es geht tatsächlich jetzt hier mal um ein ganz normales Chat-System à la Discord zum Beispiel. So, was man jetzt also haben kann, ist folgendes. Und zwar, man hat jetzt hier den ersten Client, der irgendwas kommunizieren möchte. Das heißt, der möchte an den zweiten Client eine Nachricht schicken. Und der Chat-Room, der ist sozusagen unser Mediator. Das heißt, was jetzt hier passiert, ist folgendes. Der erste Client, der loggt sich natürlich erstmal ein. Beim Einloggen wird er irgendwo registriert. Und der Mediator bekommt natürlich beide Clients hier reingespeichert. Und jetzt kann der erste Client sagen, okay, ich möchte eine Nachricht schreiben. Das bedeutet, er schickt erstmal, also er tippt erstmal seine Nachricht ab und sendet sie. Das heißt, im Endeffekt passiert eigentlich gar nichts mit der Nachricht, noch nicht. Sondern er hat einfach nur eine Nachricht bei sich hinterlegt und ruft die Mediate-Methode auf dem Mediator auf. Er kommuniziert nicht direkt mit dem Client, sondern nur mit dem Mediator. Der Mediator pullt sich die Nachricht. Das heißt, er zieht sich die Nachricht, die der User getippt hat, über GetState. Und dieser GetState liefert einfach nur die Nachricht. Und von mir aus noch, an wen die Nachricht ist. Und diese beiden Informationen kann er dann benutzen. Erstmal sucht er sich aus seiner Liste an verbundenen Clients raus, welcher denn jetzt tatsächlich der Client ist. Und ruft auf diesem Client eine Operation B in unserem Fall jetzt zum Beispiel aus. Auf, wobei das natürlich eine geerbte Operation sein kann, wie zum Beispiel Empfangenachricht oder sowas. Die man einfach vom Component geerbt haben kann. So, und dann schickt er ihm einfach diese Nachricht in Op B. Und so bekommt der zweite Teilnehmer an dem Chat die Nachricht zugespielt. Die kommunizieren nicht direkt miteinander, sondern sie kommunizieren nur über den Mediator, der die ganze Kommunikation verwaltet. Okay, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zum Mediator sagen möchte. Ich hoffe, ihr findet Anwendung dafür und ich hoffe, euch hat es auch mal wieder gefallen. Und wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.